Ständig läuft die Glotze, viel zu oft diese Glotze, diese Glotze. Playstation wie TV brauchst du. Geh lieber raus, hinein ins Licht. Eigene Erfahrungen. Statt vom Bildschirm rumzugabbeln. Statt vom Bildschirm rumzugabbeln. Du sitzt zu oft vor der Glotze. Ständig läuft die Glotze, viel zu oft diese Glotze. Statt vom Bildschirm rumzugabbeln. Statt vom Bildschirm rumzugabbeln. Diese Glotze. Wer weiß wie lang dauert dein Leben. Du hast schon zu viel Zeit vergeben. Du willst leben. Wann dann? Du setzt dein Leben und bringst uns voran. Ja, dass man schon jetzt eine Regierungszeit nicht kennt. Immer nur vor der Glotze. Du sitzt zu oft vor der Glotze. Ständig läuft die Glotze. Viel zu oft diese Glotze. Die scheiß Glotze. Immer nur vor der Glotze. Du sitzt zu oft vor der Glotze. Jetzt ist Schluss mit der Glotze. Hau sie klein. Deine Glotze. Deine Glotze. Die scheiß Glotze. Die scheiß Glotze. Deine Glotze. Deine Glotze. Das will uns respiratorol für ein SIM-verfassungsgericht. Wir sehen, jetzt haben Sie ein Brett идt mit, dann HEI- intimidating und kann man das HDR parallelen langen Die gebraucht... schweil uns im Beach events aanmen. Aber ich werde ja dabei einfach dieГ KardiCoache klem.